Denkt man ans alte Ägypten, kommen einem vermutlich zuerst die Pyramiden in Inseln. Diese wurden vor allem von Pharaonen des alten Reiches erbaut. In diesen Grabmählern wurden die mumifizierten Könige bestattet, als Symbol für ewiges Leben. Die ersten Gräber waren sogenannte Masterbars, einfache Grabbauten. Pharaos Nofro erbaute mehrere Masterbars übereinander und erschuf die erste Stufenpyramide. Wenige Generationen später wurde der Pyramidenbau von Cheops perfektioniert. Wie genau die Pyramiden errichtet wurden, ist umstritten. Verschiedene Rampenkonstruktionen gelten als wahrscheinlichste Erklärung, um die schweren Kalksteinblöcke nach oben zu transportieren. Oft wird behauptet, die Pyramiden seien von Sklaven erbaut worden. Heute nimmt man an, dass die Arbeiter bezahlt wurden und sogar eine Art Krankenversicherung erhielten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017